So, jetzt wollen wir über den sogenannten Schorisch-Plan reden, den Friedensplan. Bei mir jetzt in der ersten Afghanistan-Blog-Schaltkonferenz via Skype ist Ottmar Steinbicker vom Aachener Friedensmagazin. Herr Steinbicker, Sie sind mit Herrn Nakibullah Schorisch schon seit Jahren bekannt und man kann sagen, zusammen haben Sie diesen Schorisch-Friedensplan entwickelt. Erzählen Sie uns doch mal, wie kam es dazu? Gut, es ist eine lange Geschichte, ich versuche es kurz zu fassen. Ich habe Herrn Schorisch 2008 kennengelernt. Damals hatte er die Nationale Friedenskirche in Afghanistan mitbegründet. Ein Zusammenschluss von 3000 Stammesführern, intellektuellen, religiösen Führern in Afghanistan. Ich war damals einer der Sprecher der Deutschen Kooperation für den Frieden. Ein Zusammenschluss deutscher Friedensorganisationen und Initiativen. Und seit dieser Zeit haben wir sehr intensiv gearbeitet für eine Friedenslösung in Afghanistan, für eine Verhandlungslösung. Wir haben vor allen Dingen versucht, Gesprächskanäle zu öffnen zwischen den unterschiedlichen Seiten. Jetzt erklären Sie doch mal dem geneigten Zuschauer dieses Interviews, der sich jetzt so en detail nicht auskennt und keine Feinschmecker-Debatte führen kann. Was ist das Besondere an diesem Schorisch-Friedensplan? Das Besondere ist daran, dass er einmal realistisch ist. Er baut auf auf Konsensmöglichkeiten. Also es ist nicht etwas, was einfach nur am grünen Tisch erfunden ist. Zugrunde liegen Geheingespräche zwischen ISAF-Offizieren, also NATO-Offizieren im ISAF-Hauptquartier in Kabul und Taliban-Führern, die sich im Sommer 2010 zu zwei Gesprächsrunden getroffen haben. Und dabei für mich sehr erstaunlicherweise zu wichtigen gemeinsamen Überlegungen kamen, wie eine Friedenslösung oder eine Übergangslösung für Afghanistan erreicht werden kann. Diese konkreten Erfahrungen sind eingeflossen in den Plan, den der Schorisch-Stamm eröffnet hat. Und der sein Plan ist der Schorisch-Stamm. Und Sie waren ja dann derjenige, der die Gesprächskanäle zum Westen geöffnet hat, zur NATO und auch in die deutsche Bundesregierung, wenn Sie uns kurz schildern können, was Sie dort unternommen haben. Wie haben die Leute reagiert, als Sie mit diesem Plan ankamen? Gut, der Plan war zum späten Zeitpunkt. Mein erster Ansatz war eigentlich 2009 der Versuch, einen Waffenstillstand zu erreichen. Ursprünglich ausgehend von der Region Kunduz, damit Bundeswehrsoldaten nicht mehr sterben müssen. Aber wenn das funktioniert, über Kunduz hinaus auf ganz Afghanistan auszudehnen. Herr Schorisch hatte die Kontakte zur Taliban-Führung. Und Herr Schorisch signalisierte sehr früh, schon im Frühjahr 2009, ein Waffenstillstand ist möglich. Nach dem bekannten Tanklaster-Bomb-Aremont in Kunduz, im September 2009, gab es auch von hohen Militärs der NATO Bereitschaft zum Waffenstillstand. Und wie haben die NATO-Repräsentanten auf diesen Waffenstillstandsangebot, also laut oder auf den Schorisch-Plan auch reagiert? Wie war die erste Reaktion? Die erste Reaktion führender NATO-Militärs war, ja, das machen wir, das ist interessant, das ist gut, ist ein Ansatz, ist ja auch überprüfbar. Wenn es in Kunduz funktioniert, kann man es auslegen, wenn es nicht funktioniert, kann man es auch beiseite legen, also ein sehr offenes Angebot. Leider konnten sich diese Militärs nicht innerhalb der NATO durchsetzen, auch nicht gegenüber der Bundesregierung, die auch im PLT-Bereich Kunduz, wo sie eine gewisse eigene Autonomie hatte, nicht bereit war, so etwas auszuprobieren. Sie haben ja erzählt, dass Sie auch im Auswärtigen Amt waren mit dem Schorisch-Plan. Wie hat man denn darauf reagiert? Also für unsere Zuschauer nochmal, der Schorisch-Plan sieht ja im Grunde genommen fünf Stufen vor, das können Sie ja im vorherigen Blogpost nachlesen, aber man fordert eine weitere Afghanistan-Konferenz mit sämtlichen Warlords, Taliban, Ethnien, unter Vorsitz der Vereinten Nationen und Einbeziehung der Anrainerstaaten um Afghanistan herum. Indien, Pakistan, Iran etc. pp. Wie war die Reaktion im Auswärtigen Amt auf diesen Vorschlag? Gut, da hieß es, eine Übergangsregierung ist einfach ein völlig unnötiger Vorschlag. Da hieß es, man sei, Deutschland sei verbündet mit der Kasai-Regierung und man könne einen solchen Vorschlag nicht machen. Mich hat das wenig überzeugt, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der später erfolgten, sehr schnellen Übergangsregierungen in Italien und Griechenland im Zuge der Euro-Krise. Also die Regierungen in Italien und Griechenland waren eindeutig demokratisch legitimiert und wurden durch Übergangsregierungen ersetzt. Bei Kasai gab es auch aus dem Westen sehr viel Vorbehalte im Hinblick auf Wahlfälschungen. Dass man da eine Übergangsregierung, also diesen Vorschlag so abbügelte, war für mich wenig überzeugt. Warum wird heute über diesen Schorisch-Plan nicht mehr geredet, seitens der NATO und in der Bundesregierung? Gut, da müssen sicherlich die NATO und die Bundesregierung sprechen und befragen. Ich kann darüber nur spekulieren. Mir scheint, dass es auf der Seite kein Konzept gibt für Afghanistan. Nächster Punkt, den ich mit Ihnen gerne besprechen wollte, ist, in Kunduz gab es dann auch Friedensangebote oder Waffenstillstandsangebote der Taliban gegenüber der Bundeswehr. Was ist dort passiert? Weil letztendlich konnte man ja im Google auch nachrecherchieren, ist dieserjenige eine dann umgebracht worden von der NATO. Was steckt hinter dieser Geschichte, wenn Sie uns die kurz erzählen könnten? Ja, also wir müssen immer die zeitlichen Ebenen auseinanderhalten. Der Schorisch-Stand ist von 2011. Der Waffenstillstandsvorschlag, über den wir jetzt sprechen, ist vom Frühjahr 2009. Währenddessen aber schon die Jürger-Gespräche, Schorisch und Co. schon liefen und auch schon kommuniziert wurden. Allemal. Allemal ist bestanden diese Kontakte. Aus unseren Überlegungen, Frieden-Jürger, Kooperation für den Frieden, hatten wir die Idee entwickelt, es wäre positiv auf alle weiteren Gespräche, wenn sie von einem Waffenstillstand begleitet würden. Deshalb hatten wir die Idee, im Raum Kunduz zu beginnen, um damit auch die Bundesregierung zu motivieren, in dieser Richtung aktiv zu werden. Im März 2009 bekannte ich von Herrn Schorisch den Hinweis, die Taliban vor Ort seien bereit zum Waffenspielstand. Da gab es aus dem Auswärtigen Amt mir gegenüber Desinteresse, jedenfalls von dem Kontaktmann, den ich anrufen konnte, den ich dort vor Ort traf. Aber der Kommandeur, der Taliban-Kommandeur damals von Kunduz Karibaschir, hatte sich dann nach dem Scheitern beim Auswärtigen Amt, im Mai an einen deutschen Journalisten gewandt, per Telefon ein Treffen mit ihm organisiert. Und dieser Journalist berichtete mir dann, dass ihn der Kommandeur, der Taliban-Kommandeur, gebeten hatte, der deutschen Bundeswehr zu signalisieren, er sei bereit, über einen Waffenstillstand zu sprechen. Und dieser Journalist ist dann zu Oberst Klein, dem bekannten Oberst Klein, gegangen, um ihn diesem Vorschlag zu übermitteln. Klein muss, so sagte mir der Journalist, gesagt haben, das glaube ich alles nicht, das bringt es ja unwahrscheinlich, aber geben Sie mir doch mal die Kontaktdaten, haben Sie vielleicht ein Foto von ihm, und muss ihn dann wohl, so hörte ich, auf die EISA-Fahndungsliste gesetzt haben. Das hätten dann im Nachhinein die Wikileaks-Enthüllungen ergeben. Und diese Fahndungsliste wurde von amerikanischen Spezialtruppen im Anfang November 2009 abgearbeitet und auch dieser Taliban-Kommandeur getötet. Dieser Taliban-Kommandeur war nicht nur für das Gesprächsangebot über Waffenstillstand im Mai zuständig, sondern auch dafür, dass es nach dem Tanklaster von Bademont einen einseitigen Waffenstillstand gab, also von Anfang September bis Anfang November 2009, einen einseitigen Waffenstillstand, weil wir damals in Vorgesprächen waren mit der NATO und auch ein solches Treffen am 23. September 2009 hatten. Die Taliban waren damals offensichtlich ernsthaft interessiert an einem Waffenstillstand. Also ich fasse noch mal zusammen. In Kunduz kommt ein Taliban-Führer über drei Ecken auf die Bundeswehr zu, macht das Angebot, ein Waffenstillstandsabkommen zu unterzeichnen. Die Bundeswehr ignoriert das. Danach landet dieser Mann auf einer schwarzen Liste der ISAF und wird von den Amerikanern mehrere Wochen oder Monate später umgebracht. Habe ich das so richtig verstanden? Völlig. Das heißt, wenn man diesen Waffenstillstand eingegangen wäre, seitens der NATO oder ISAF oder dem PRT, hätten dann sozusagen die Soldaten nach dem 1. Oktober 2009 eigentlich keinen Sprengstoffanschlägen mehr ums Leben kommen können. Richtig. Möglicherweise sogar schon ab März, spätestens aber ab 1. Oktober 2009, hätte kein deutscher Bundeswehrsoldat mehr sterben müssen. Wenn die Taliban-Seite das eingehalten hätte, was sie zugesagt hätte. Aber das hätte man überprüfen müssen. Wie gesagt, die Ablehnung kam von der NATO und nicht von den Taliban. Herr Ottmar Steinbicker, ich bedanke mich für dieses erste Skype-Interview im Afghanistan-Blog. Vielleicht kurz zum Schluss noch die Frage, der Shobish-Plan, hat er jetzt 2012 noch eine Chance? Kann man den noch mal auf den Weg bringen? Er steht im Raum. Er ist nach wie vor hochaktuell. Ich sehe keine Alternative zu ihm. Er hat absolute Priorität, weil er ist der Plan, der auf der Gegenseite, auf der Seite der Taliban, im Wesentlichen akzeptiert wird. Das heißt, auf dieser Grundlage kann man ernsthafte Gespräche führen. Interessant ist ja auch, dass dieser Shobish-Plan, ich habe ihn ja gelesen, sozusagen ein multiethnischer Friedensplan ist, verschiedener Stämme. Das ist ja eigentlich das, was ISAF und NATO eigentlich immer gesucht haben, eine ethnische Einigung, ein Weg in den Frieden von Afghanen für Afghanen in Afghanistan. Und er berücksichtigt eben auch diese Diskussion mit der NATO, die 2010 geführt worden ist, beinhaltet also insofern auch Inhalte, die sich schon als Konsens möglich eröffnet haben. Und da ist ja das große Gewicht drin. Also es wird höchste Zeit, auf dieser Basis zu sprechen. Die NATO ist gefordert und wenn sie sagt, gut, wir haben einen anderen Plan, okay, das wäre nicht das Problem. Da muss man darüber diskutieren. Der Shobish-Plan ist die Herausforderung, an alle Seiten Pläne auf den Tisch zu legen für eine realistische Lösung. Über diese Pläne wird zu reden sein. Herr Steinbecker, das Afghanistan-Block bedankt sich für dieses Gespräch. Ich bedanke mich auch. Dankeschön. Ich bedanke mich auch.